Archicad 11 besitzt eine neue PDF-Engine. Statt PDF-Dateien über das Druckenmenü zu erstellen, erscheint PDF neu als Ausgabeformat im Sichern-Dialog. Ihnen stehen dabei die gleichen Optionen wie im Publisher zur Verfügung. Die neue PDF-Engine bietet eine erheblich verbesserte Ausgabe von Kreisen, Bögen und Farbverläufen. Zudem unterstützt sie Schriften von Drittanbietern und ist für Intel-basierte Macs und Windows 64-Bit verfügbar. Archicad 11 kann mehrgeschossige Hotlinks verwalten. Mehrgeschossige Hotlinks können Sie gut für Treppenhäuser, Aufzüge oder auch komplette Gebäude einsetzen. Wenn Sie das Modul in Archicad 11 sichern, stehen Ihnen verschiedene Optionen für die Mehrgeschossigkeit zur Verfügung. Beim Einfügen des Hotlinks haben Sie die Wahl, welche Geschosse Sie einsetzen möchten.